Ein schauriges Spektakel gab es am Samstag beim Super-Nikolo-Tag im SCA zu erleben. Die Stefanie-Perchten sorgten mit ihren rasselnden Ketten für einen unheimlich unvergesslichen Einkaufstag. Ja, es war wahnsinnig. Es war eine tolle Stimmung bei uns. Wir hatten ja den ganzen Tag den Nikolaus da mit seinen Krampusen. Was haben wir noch da gehabt? Kinder basteln. Die Kinder hatten wieder riesig Spaß gehabt. Dann haben wir noch unser sportliches Auge wieder aufgemacht. Es waren da die Nachwuchskicker vom UFC Zitzenheim, die wir vom SCA unterstützen. Sie sind Herbstmeister geworden. Und als kleines Geschenk gab es für die Nachwuchskicker von... Zitzenheim! ...nicht nur ein SCA-Shirt, sondern auch ein Treffen mit den Profis des SV Grödig, die im SCA eine Autogrammstunde gaben. Den Mechsen-Wirsten? Lechsen. Ja, ja. Ja, Lechsen. Warum? Was kannt ihr besonders gut? Ja, er ist gut. Er ist gut, ja. In Österreich ist der Light-Gab. Alaba. Welche Position spielst du hier? Mittelfeld. Verteidiger und Mittelfeld. Ich spiele im Sturm und ich eigentlich fast überall. Außer im Tor. Während sich die Youngsters noch ihre letzten Autogramme ergatterten, mischten die Perchten vor dem Einkaufszentrum so richtig auf. Dort sorgte auch das Bläserquartett der Polizeimusik Salzburg für einen besinnlichen Ausklang des Supersamstages im SCA. wird mich überdror. Und ins surrender. Mäste wieder reingelungen ist, es ist für mich, das microf inqu Douglas. Und wir wollen uns hier an합니다.